So, da bin ich wieder. So, dann lassen wir mal gucken. Fünf Schließkarten haben wir. Die VIP-Karte haben wir. Oh, wir haben schon 1100 Euro. Okay, dann lassen wir starten hier. Die 2 war der Mock, ne? Die sind mal drin. Meine eigenen Tatzen hier mal wegmachen. Okay, das ist den, den wir nicht weg. So. Hm. M005 haben wir aber doch. Ah. Mario Moretti, Junior-Manager. Mhm. Verbrechensbeweise. Nochmal Geld, meine Güte. Was ist denn das hier? Sind das irgendwelche Drogen? So, wir haben M014 und M017. Mh, ne, die haben wir noch nicht. Mh, ne, die haben wir noch nicht. Mh, ne, die haben wir noch nicht. So, warte. Ich finde das schade. Das, was ich schon mal hingestellt habe. Die gehört sicher nicht drauf. Ja. Beweise sammeln. Mh, ne, die haben wir noch nicht drauf. Okay. Mh, da ist er. So, nimm dich, nehm ich dich mal mit hier. Dann stelle ich dich mal hier hin. So. Jawohl. Das ist Müll, jawohl. Warte mal. Mh. Ich muss ich das nicht immer durch die Gegend schießen. Was ist denn das? Kein Müll auf jeden Fall. So. Ja, ja, ja. Ich hab schon gesehen, dass voll ist. So. Jawohl. Ach so, ich muss das Wasser hier irgendwie. Guck mal, die Flasche, wie die aussieht. So, äh, so durchsichtig. Ich muss das Wasser wahrscheinlich ablassen, ne? Dass ich hier rein kann und deswegen das Ventil und so. Okay, da muss ich mich nochmal mit befassen. Deswegen, ich komm da so nicht ran wahrscheinlich. Ne. Dann, ich komm da nicht rein. Ne. Da muss ich nochmal gucken, wie das geht. Ne. 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 Bum, bum, bum. So, wie gesagt, am besten dann auch mal die Sachen skillen für diese Geheimnisse. Rot. Die muss ich dann sicherlich auch noch irgendwo hinstellen. Wie viel steht denn da Möbel an ihrem Platz 11? Oh, Wasser muss ich wechseln. Okay. Äh, dann lass mal gucken. Okay. Ah, okay, alles klar. So funktioniert das. So, dann brauchen wir neues Wasser. Dann komm mal her. Aber hier ist auch noch mal Beweise sammeln. Ich muss sicherlich die, äh, Flüssel dann noch finden. Da sind noch irgendwo Beweise drin. So, rein mit denen. Ja, ist ja gut. Dann nehmen wir lieber den Schwamm. Dann nehmen wir lieber den Schwamm. Mike, von den O-School-Days. Ich werde ihn schüttalken, um ihn zu schütteln, um ein bisschen Poison zu Jim's Family Dinner zu schütteln. Beweise sammeln, okay. Dann gib mir mal den Schwamm. Ja, mit dem Schwamm geht das besser. Na. Na. Okay. Hier noch irgendwas Beweismäßiges? Nee. So. Guck wie Loki machen. Okay, das geht nur von da unten, ne? Manche Sachen. Wo musst du? Die La-A-Jagd. Komm her. Jawohl. Ja, schön. Geht die auch wieder an? Nee. Irgendwie kann ich die nicht anschalten. Okay, dann ist das so. Bum, 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 bum. Ist hier auch noch was? Ja, hier. Ups, das ist das Glas da reingepfeffert. Sorry. Ah, da ist noch Müll gewesen. Nee, ich muss hier erst, sonst verteidigt das wieder überall. Okay. Uh-uh-uh-uh-uh. Okay Na dann FFN Hm, geht das nicht mit dem Schwamm? Na, 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 gucken Okay Nein Den wollte ich überhaupt nicht Ich wollte einmal Das Okay, den muss ich echt mit dem Schrober machen Ups Jawohl Okay Wo gehörst du hin Da ist ja auch noch was dreckig Back where it belongs Okay Hm? Something is blocking the way Warum nicht? Oh, danke Bubbas Vielen lieben Dank Oh, das ist aber lieb Oh, da freue ich mich aber Ja, Kaffeezeit Hm Hm Ah, jetzt geht's Du sollst Danke So, jetzt habe ich das So, wo Gehörst du hin? Kann ich das mit dieser Schmutztaste jetzt sehen? Da, okay Also, warte mal Eins gehört hierhin Aber da fehlt dann noch einer, ne? Und hier ist auch, wie gesagt, so eine Äh Möchtest du mal auf zu kaukeln? Jetzt Oh Gott Oh, jetzt ist die Tüte auch wieder voll Sehr schön Ist das eigentlich Müll? Das ist kein Müll Das kann ich nicht sammeln Das muss ich irgendwo Bam, bam, bam Okay, da ist ein Beweis Ah, ich habe eine Karte Jawohl M014 Also, dann komm du mal her Okay Haben die zu lange in der Sauna gesessen Oder was ist passiert? Ja, hallo Paul Schön, dass du da bist So, dann fehlt noch eine Leiche Was habe ich denn jetzt für eine Schlüsselkarte gefunden? Warte mal Ich weiß, dass du bei Bubas auch warst Äh, die M014 Die M014 Ja Ja So, was soll man hier Stehlen? Ich stehle mal alles Na ja Könnten hier alles Beweise sein, ne? Talala So, dann Nimm ich mal den Eimer mit Aber ich habe Bedenken Wie gesagt Ich muss hier irgendwie das Wasser abstellen Das habe ich noch nicht kapiert Wie das gehen soll Natürlich ist das Wasser jetzt dreckig Ist klar Ja Ja, hallo Train GHG Schön, dass du da bist So, dann Äh Ne, ein bisschen näher Sonst schmeiße ich den wieder um Werde den Müll los Ja, wie gesagt Ich muss hier irgendwie rein Ich muss das Wasser ablassen Da muss ich noch mal gucken Bubas geht morgen um 15 Uhr live Mit Quack Mit Ale und Tail Tavern Patsch, patsch, patsch So, ich hatte aber geskillt, dass der So, und hier kann ich jetzt wechseln, ja? Oh, nee. Na, okay, dann. Ich muss es also doch erst skillen, wahrscheinlich. Lewe den Pool. Ja, genau, das steht da ja auch. Als Quest. Nee, Motel Sim macht er, hat er vorhin gesagt, wahrscheinlich abends dann. Aber da kann er noch nichts versprechen. Okay. So, oh Gott, schon wieder. Und das Wasser ist dreckig, dann komm mal her, dann komm mal her. Weil hier der Hochdruckreiniger, da ist auch so schnell alle, das, wie gesagt, das guckt so viel gesprungen. Da finde ich hier das Ding echt besser. Den Mob. Ah, danke. Wie wird der geschrieben, mit dem er morgen live geht? Das ist eine Sie. Und ich glaube, die streamt nicht. Die spielt einfach nur mit. Quack. Quack-Fitus. Jupp, morgen 15 Uhr mit Quack. Ja, genau. Genau, was Boba es geschrieben hat, hatte ich ja eben gesagt. Boah, ist hier eine Schweinerei. Und wieder dreckig. Na denn. Na denn. Wollte es nur noch mal schriftlich fixieren. Kein Problem. Danke, ich mag euch beide sehr. Ja, vielen lieben Dank. Und du meinst, ich komme da oben hin, ja? Okay. Okay. Oh, irgendwie. Jetzt.